Achtung, Achtung, gleich beginnen die Spompernadeln. Achtung, Achtung, gleich beginnt das Gejodel. Spompernadeln und Gejodel sind garantiert bei diesem Mitmachkonzert von Bernhard Fiebig. Der Kinderliedermacher zeigt auf Einladung von Neufeld Kultur, das Programm Anna hat Geburtstag. Dass mir keiner so macht. Sing laut. Linkes. Jetzt drehen. Bernhard Fiebig macht auf der Bühne einen lockeren und spontanen Eindruck. Aber wie spontan ist er wirklich? Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man wirklich gut vorbereitet ist als Kinderliedermacher, dass man sozusagen seine Hausaufgaben gemacht hat, dass man genau weiß, was man machen will. Und das tue ich auch in dieser Form. Und erst dann habe ich die Gelegenheit, auf die Kinder einzugehen und spontan die Reaktionen der Kinder ins Konzert einzubauen. Und da ist er im Kulturzentrum Dr. Fred Sinowatz wirklich gefordert. Boogie Boogie-Boogie-Lied. Boogie Boogie Boogie-Lied. Super-Tanz-Musik. Boogie 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 Lied. Die Super-Tanzmusik. Die Super-Tanzmusik. Und wie hat es ihm dann auf der Bühne gefallen? Und schön. Warst du aufgeregt? Ja. Das ist das Boogie-Woogie-Lied. Das ist das Boogie-Woogie-Lied. Amelie war schon öfter bei Konzerten von Bernhard Fiebig. Aber wie hat sie ihren heutigen Auftritt erlebt? Sehr lustig und toll. Warst du da aufgeregt? Ja. Ich kenne alle Lieder schon. Und da ist sie nicht die Einzige. Selbst die englischen Lieder können die Kinder mitsingen. Dieses englische Lied im Programm, im normalen Programm sozusagen, das baue ich doch so ein mit Easy English, also dass die Kinder sofort mitgehen können. Und das war auch heute wieder zu sehen, dass sie sofort einsteigen können. Eines hat dieses Konzert wieder gezeigt. Die Mitmach-Konzerte sind auch eine Plattform für junge Talente. Klatschen für alle Kinder, die heute auf der Bühne vorgezeigt haben. Klatschen für die Erwachsenen, die sich das Gewurschtel angetan haben. Jetzt müsst ihr so winken, bitte, den Leuten, so winken. Und klatschen bitte für Herrn Stadtrat Kurt Strametz, der das Konzertgewurscht eingeladen hat. Kurt, wo bist du? Da hinten steht er. Danke, Kurt Strametz, für die Einladung. Danke, der Stadtgemeinde Neufeld. Vorsichtig jetzt, wieder hinuntergehen, gell? Damit das Kunststück zu Ende ist. Ja, ihr dürft jetzt langsam wieder runtergehen, wo du vorhin gesessen bist. Geh langsam wieder runter.